Ja gut, ich weiß, langweilig, aber so, wir gehen halt nun mal die Programm vorschauen. Ihr habt es jetzt hier wieder als einen Punkt eingeblendet, gibt natürlich noch viel mehr. Könnt ihr dann wieder betrachten bei VK Bitshoot. Na, bei Telegram noch nicht, nein noch nicht, vielleicht klappt das auch nochmal irgendwann, aber zumindestens bei Odyssey und Rumble und die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile kopieren. Ja, und ich bin jetzt auch schon ein bisschen angeschlagen, ist jetzt eigentlich fast schon das dritte Video. Irgendwie ist das alles schon irgendwie anstrengend, aber okay.